... mit Flecken und Bad Brücken auf Volkers und die A60... ... Anstreckekabel geklaut worden, nur wenige... ... die Temperaturen erreichen in Mainatshagen 18... ... Fahrer, draußen im Moment nicht gemeldet, das ist die gute Nachricht... ... Dienstlagen Duisburg, zwischen Duisburg-Marxloh und Kreuz Duisburg, 3 Kilometer Stau... ... wieder 5, die Verkehrslage, die A... ... es sollte eine solidarische... ... für NDR 2, Mittag, mit Holger, ich wünsche euch einen schönen... ... bei Lüdenscheid in beiden Richtungen etwa... ... 25 Liter Wasser pro Quadratmeter runter, ist es hagelmöglich, dazwischen längere Zeit auch mal trocken... ... ab und an scheint die Sonne, 16 Grad im Hohen Westerwald bis 22 Grad an der Saar... ... hier geügt... ... im Marken-Ausberg, glaub ich... ... und die Ziele für die Familie... ... Talbrücke, gestinde... ... ich hatte ein bisschen Großbritannien direkt vor... ... und mit Musik von Chipsy and the Cat... ... und... ... und... ... und... ... ... 4 Kilometer Stau... ... je nach 12 greifen wir das Thema noch... Guten Morgen, wir unterhalten uns heute da. Wenn du jetzt schwanger wärst, würdest du deine Mutter und deine Schwiegermutter, wie das Kind heißen soll? Äh, nein. Wenn du jetzt mal beinahe Thomas Cantor gewonnen hast, würdest du deine Mutter und deine Schwiegermutter, wie das Kind heißen soll? Und so ganz daneben, was? Hingebungsfollow. Schichten erzählt hat. Auch bekanntlich. Auch bekanntlich. Auch bekanntlich. Auch bekanntlich. Auch bekanntlich. Die Rhetorik kurz vor der Wahl ist scharf. 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 Der Schutzhund. Die Rhetorik kurz vor der Wahl ist scharf. Die Rhetorik kurz vor der Wahl ist scharf. Die Rhetorik kurz vor der Wahl ist scharf. Für Rheinland-Pfalz. Die Rhetorik kurz vor der Wahl ist scharf. 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 Die Rhetorik kurz vor der Wahl ist scharf.